Hallöchen liebe Steingemeinde und herzlich willkommen auf dem Kanal von Dr. Noppe. In Teil 2 des KG Box Display Reviews dreht sich heute alles um das Display für das LEGO Creator Expert Set 10262, den James Bond Aston Martin DB5. Das Acryldisplay besteht aus zwei Teilen, einem weißen Plastikboden inklusive einer entsprechenden Bedruckung mit Schriftzügen und Logos auf einem schwarzen Hintergrund und als zweites einer Acrylhaube mit einem, wie ich finde, sehr ansprechenden Hintergrund und einer schönen 007-Gravur. Eben wie es sich für einen Geheimagenten im Auftrag ihrer Majestät gebührt, geschüttelt und nicht gerührt. Zusammen sieht das alles schön und stimmig aus, die Haptik ist prima und die schwarzen Bilder mit dem weißen Rahmen ergeben einen sehr guten Kontrast. Das LEGO Set ist im August 2018 erschienen und Ende 2021 vom Markt genommen worden. Falls ihr noch keines habt, solltet ihr euch beeilen, da ich sicher bin, dass die Preise steigen werden. Die Boxart kommt sehr solide daher, mit einem schwarzen Hintergrund, dem berühmten Pistolenzugprofil und den beiden prominenten Logos. Für mich sieht es sehr nach Vorgriff auf das spätere Design der LEGO 18 Plus Reihe aus, die ja ab dem Jahr 2020 offiziell die LEGO Creator Expert Reihe beerbt hat. Die Bauanleitung ist ein echtes Highlight. Anfangs präsentiert sie sich wie eine höchst vertrauliche Akte des Secret Service und man erhält auch die wichtige 007 Lizenz. Natürlich zum Bauen, versteht sich. Nach 263 Bauschritten hat man das fertige Modell vor sich stehen. Anfangs war ich von dem Design enttäuscht, da es viel zu kastig daherkam. Weit entfernt von der wahren Ästhetik des Originalfahrzeugs. Natürlich ist uns allen klar, dass die LEGO Elemente Limitierungen haben. Aber es war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick. Ihr wisst, was ich meine. Später dachte ich aber, come on, es ist der James Bond DB5 mit vielen Funktionen. Wäre schon schade, wenn er nicht in meiner Sammlung wäre. Ich muss gestehen, dass mir der Aufbau, im Hintergrund lief natürlich der Original James Bond Soundtrack, extrem viel Spaß gemacht hat. Der Designer Mike Psiaki hat wirklich einen fantastischen Job gemacht, um die verschiedenen Funktionen hervorragend in das Modell zu integrieren. Hier ein paar Beispiele. Zwei Browning MGs hinter den vorderen Blinkern, die ausfahrbare, schusssichere Rückwand, der legendäre Schleudersitz auf der Beifahrerseite und ein Funktelefon. Man bedenke, dass das erste echte deutsche Funktelefon basierend auf dem GSM-Standard erst im Juli 1992 den Regelbetrieb aufgenommen hat. Da war Ian Fleming ganz weit vorne. Bei dem Lego-Set sind mir zwei Dinge negativ aufgefallen. Erstens die doch erhebliche Verfärbung nach Sonneneinstrahlung, die bei einigen Bildern deutlich zu erkennen ist. Das kenne ich bislang nur bei den weißen Legosteinen. Zweitens die geringe Klemmkraft des Modells an sich. Bei wiederholter Betätigung des Schleudersitzes löst sich gern das Dach und danach auch gerne mal der Rahmen. Als Display ist das kein Problem, beim Probieren der Funktionen nervt es schon. Durch Zufall habe ich in einem der letzten echten Spielzeugläden, nein es ist nicht Müller, eine Displaybox der Firma Master Tools, Set Nr. 09815 entdeckt. Das Display besteht aus zwei Teilen, einem schwarzen Boden und der durchsichtigen Haube aus Kunststoff. Das Display wurde für Modellautos im Maßstab 1 zu 18 entwickelt, kostet ca. 25 Euro und eignet sich hervorragend für dieses Lego Creator Fahrzeug. Im direkten Vergleich der beiden Displays ist der Unterschied sehr deutlich zu erkennen. Die Verarbeitung, die Farbgebung und die diversen Details des KG-Box Displays finde ich sehr gelungen. Ich bin von dem Produkt und dem Erscheinungsbild sehr überzeugt und kann es daher empfehlen. Der einzige Nachteil ist meiner Meinung nach der hohe Preis für den Transport und den Zoll. Aber schlussendlich hat es sich gelohnt und ich bin mehr als zufrieden mit dem Display. Was denkt ihr? Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. In Teil 3 des KG-Box Display Reviews werben wir uns die beiden verbleibenden Displays für die Lego Sets 21326 Winnie the Pooh und 10290 den Pickup Truck gemeinsam anschauen. Allerdings muss ich beide Sets erst noch aufbauen. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Noppensteinen und eine schöne Zeit. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Noppensteinen und ein paar Minuten.